Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen Fototipps der Woche. Und heute knüpfe ich eine der letzten Ausgaben an, in der es darum geht, wie mache ich denn die Fotografie zum Beruf. Und die Frage, der ich mich heute widmen will, ist, machen Amateure eigentlich schlechtere Fotos als Profis? Da habt ihr mich hüsteln gehört. Die Frage ist natürlich eine, die immer wieder heiß diskutiert wird. Aber eigentlich wird die gar nicht diskutiert, sondern es wird immer umgekehrt erwartet, dass Profis ja bessere Fotos machen. Es wird selten in Frage gestellt, ob das überhaupt stimmt. Das ist immer, was man in Foren so lesen kann. Ja, du bist ja auch Profi. Oder wir sind ja alles keine Profis. Oder da wird diesem Profi-Status natürlich so eine unglaubliche Bedeutung zu gemessen. Und ja, sind wir mal realistisch, natürlich die Profis, die da tatsächlich von der Fotografie leben können und lange fotografieren, können jetzt letzten Endes keine total schlechten Fotografen sein. So, und das ist ja etwas, was jeder Amateur gerne sein darf. Und das ist ja auch was Schönes. Man hat ja nichts drauf sitzen. Man kann auch, wenn man völlig talentlos ist, hat aber einfach Bock Fotos zu machen, kann man das ja tun und genießt das. Ich sag ja, es gibt ja andere Videos, ich kann das ja hier mal verlinken. So ein Thema macht euch nicht immer so einen Stress. Also so im großen Mittel, natürlich als Profi sollte man nicht ganz scheiße sein. Und als Amateur darf man ruhig ganz scheiße sein, denn wer soll es einem denn verbieten? So, das ist mal eins. Aber sind jetzt Profis grundsätzlich besser? Und das ist natürlich auch totaler Bullshit. Ich kenne seit Jahren Fotoamateure, die gnadenlos gute Fotos machen. Die sich, und da macht sich das ja quasi bemerkbar, dass sie Amateure sind, die ihr ganzes Herzblut in ihrer Freizeit, ihr ganzes Herzblut zum Beispiel in ein bestimmtes Thema stecken, in ein bestimmtes fotografisches Feld, sei es Porträt, sei es Makroaufnahme oder auch Landschaftsfotografie, die tatsächlich sich diesem Thema im Detail ganz extrem widmen, letzten Endes auch ihr Equipment darauf einstellen. Manche Amateure, auch das muss man sagen, haben ja auch Geld, so und zwar nicht wenig und haben dann auch Ausrüstungen, die durchaus die Ausrüstung von Profis bei weitem Alt aussehen lassen. Auch dazu habe ich ja jetzt kürzlich ein Video gemacht über die Frage, braucht man denn Profi-Equipment und wie gehen Profis mit ihrem Equipment eigentlich um? So, das heißt, gerade das Amateursein bietet ja die Möglichkeit, sich mit voller Leidenschaft der Fotografie zu widmen und wenn man dann noch ein Quäntchen, Glück wollte ich schon sagen, Talent ist das Wort, wenn man dann noch ein Quäntchen Talent hat, dann macht man natürlich großartige Fotos und dann macht man auch Fotos, die durchaus Spitzenklasse sein können auf dem Gebiet, das man sich da erobert hat. Insbesondere, wenn man auch auf Fotos steht, die ich ja auch sehr mag, in denen man Geschichten erzählt, in denen man ungewöhnliche Wege geht, in denen man sich technisch gar nicht so festbeißt. Auch das ist natürlich leichter für Amateure, weil das umgekehrt Geschichten sind, für die man als Profi eben auch kein Geld bekommt. Wenn ich eine ganz herzliche Reportage, was weiß ich, über einen mir nahen Angehörigen mache oder was familiäres oder ein philosophisches Thema oder politisches Thema, das mich sehr beschäftigt, dann kann ich das als Profi natürlich machen, wenn ich will, aber auch dann in meiner Freizeit, weil ich zumindest in den seltensten Fällen natürlich passend einen Auftrag bekomme. Und die Fotografen, die gibt es auch, die das miteinander optimal kombinieren, also die nur Herzensaufträge bekommen, gibt es, aber das sind natürlich sehr, sehr, sehr wenige. Das heißt auch, was Herzthemen, was das Erzählen von Geschichten angeht, können Amateure durchaus einfach mehr Zeit investieren. Und dadurch zu großartigen Fotografen werden, die jedem Profi-Fotografen alles in diesem Bereich auch erklären können. Mein großer Achillisferse zum Beispiel, wenn ich das mal gestehen darf, wird ja so gerne gemacht, ist Makrofotografie. Hat mich nie interessiert. So finde ich schön anzuschauen, fand ich aber nie spannend. Und ja, auch die Technik dahinter und das eventuelle Rumrechnen und Gemache. Und jetzt gibt es ja da auch so Reihenaufnahmen, die man zusammenrechnen kann. Alles schön, aber nicht für mich zum Beispiel. So, ansonsten, so, und das unterscheidet vielleicht dann, auch das habe ich im anderen Video schon mal so anklingen lassen, ansonsten muss ein Profi, der sich jetzt zumindest kein Geld entgehen lassen möchte, jedes Thema so ein bisschen können. So, das heißt, ich würde behaupten, neben meinen Spezialthemen wie Menschenfotografie, Bühnenfotografie, Porträtfotografie, kann ich trotzdem alles ein bisschen, sogar Makro kann ich jetzt ein bisschen. So, also wenn das unbedingt notwendig ist, mache ich das. So, ich kann eigentlich alles. Ich bin da schon Generalist und kann auch, wenn es dann notwendig ist, mich relativ schnell einfühlen, einarbeiten und ich weiß auch einfach, wo die Schwierigkeiten liegen oder welches. Ich weiß dann auch relativ deutlich, welches Equipment mir vielleicht fehlt und welches ich für den Auftrag noch dazu leihen muss, etc. So, und ich glaube, das zeichnet ein Profi aus, so wie viele Handwerker ja auch Generalisten sind, so wer Elektriker ist und zweigängige Hände hat, der kann auch ein Bild aufhängen oder Fußleisten verlegen, da wird er dann auch nicht so Riesenschwierigkeiten mit haben. Der spezielle Fußleistenverleger hat aber auch spezielles Fußleistenverlege-Equipment und kann es dann natürlich schneller und vielleicht auch ein bisschen gerader oder so, aber das wird auch jeder andere Handwerker irgendwie hinbekommen. So, das ist der eigentliche Unterschied und da auch wieder insbesondere an die Fotoamateure, lasst euch nicht verunsichern. Profi sein ist mal überhaupt kein Riesenmaßstab. Es gibt gute Fotografen unter den Profis, es gibt auch weniger gute und es gibt vor allen Dingen Spitzenfotografen unter den Amateuren und da kenne ich, wie gesagt, ein paar Perlen, da schlägt auch mir das Herz höher. Und wenn auch euch das Herz jetzt ein wenig höher schlägt, weil ihr die Sendung so toll fandet, dann hinterlasst doch bitte ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr denkt, ach, dem Kopf, der redet ja immer zwar viel, aber lustig, dann kann ich dem ja auch jede Woche mal zuhören oder wann auch immer, dann abonniert doch diesen Kanal, vergesst nicht das kleine Glöckchen anzudüngeln, anzudrücken, zu drücken. Einfach das Glöckchen zu drücken. Und ja, wenn euch was nicht gefällt, tatsächlich macht ruhig einen Daumen nach unten, auch kein Problem, aber schreibt es dann in die Kommentare. Ich antworte darauf auch in der Regel und dann können wir gerne ein bisschen in Diskussion kommen. Ich wünsche euch jetzt schon mal eine gute Woche und gehabt euch wohl und gutes Licht natürlich.